Die hier zur Miete angebotene ca. 186 m² große Bürofläche befindet sich in Dortmund. Verfügbar ist das Objekt ab sofort. Das Bürogebäude verfügt über einen Personenaufzug. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 8,50 Euro pro Quadratmeter. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Untertitelung des ZDF, 2020